Musikalische Gattungen, die Suite In jeder Epoche etablierten sich bestimmte Gattungen, also Formmodelle für Kompositionen. Dabei hat eine solche Gattung immer bestimmte Merkmale, die sie kennzeichnen. In diesem Video erkläre ich dir die Gattung der Suite. Als Suite bezeichnet man seit dem 16. Jahrhundert die zunächst lockere Folge von Musikstücken. Diese Praxis geht auf die mittelalterliche Tanzmusik zurück, um die es üblich war, einen geradtaktigen Schreittanz und einen ungeradtaktigen Springtanz als Kontrast nacheinander aufzuführen. Im 17. Jahrhundert entwickelte sich die verbindliche Folge von vier Tanzsätzen, wobei die Idee des Kontrastes schneller und langsamer Sätze erhalten blieb. Die Suite entstammt also der Unterhaltungs- und Gebrauchsmusik und hat sich im Laufe der Epochen erst hiervon als eigenständige Konzertgattung loslösen können. Im 17. und 18. Jahrhundert entwickelte sich die Abfolge der vier Tanzsätze Allemand, Covent, Sarabond und Chic. Hierbei waren die Komponisten dennoch recht frei und haben meist noch einen fünften Satz als Einleitung hinzugefügt, welcher als Präludium, Overtüre oder Sinfonia erscheinen konnte. Nun zu den einzelnen Sätzen. Die Allemand ist ein mäßig schneller Schreitanz in geradem Takt und hat ihren Ursprung in Deutschland. Der zweite Satz, die Courante, ist ein schneller französischer Tanz im ungeraden Takt. Als dritter Satz folgt die spanische Sarabond, welche in einem langsamen Tempo im Dreivierteltakt steht und durch die typische Punktierung auf die zweite Zählzeit gekennzeichnet ist. Den Abschluss bildet die englisch-irische Chic, welche einen sehr schnellen Tanz im Dreiechtel- oder Sechsachteltakt darstellt. Das Wichtigste nochmal zusammengefasst. Als Suite bezeichnet man seit dem 17. Jahrhundert die feste Abfolge der vier Tanzsätze Allemand, Courante, Sarabond und Chic. Zusätzlich kann ein fünfter Satz als Einleitung der gesamten Suite auftreten. Der Kerngedanke dieser besteht im Kontrast langsamer Schreittänze und schneller Springtänze. Diese Praxis entstammt der Unterhaltungsmusik des Mittelalters. Den Höhepunkt erreichte die Suite im Barock. Hier diente sie zunächst der Unterhaltungsmusik, konnte sich aber im Laufe der Zeit von dieser Rolle lösen und entwickelte sich zu einer eigenständigen Konzertgattung. Du hast noch Fragen? Dann schau dieses Video einfach nochmal von vorn oder such im Internet nach weiteren Websites. Natürlich kannst du nochmal in dein Musikbuch schauen oder deinen Lehrer fragen.